Ich lege hier gerade in meiner Badewanne und überlege, was ich noch an Gedichten im Kopf habe. Denn dieses ganz tolle Milch- und Honigbad hier und diese wunderbare Maske soll noch für fünf Minuten einwirken. Ich versuche mal eins von eins, Erhard, und zwar der Spatz. Da war einmal ein grauer Spatz, der saß ganz oben auf dem Dache und unten wie die Mieze Katz, schon seit geraumer Weile Wache. Hätte sich das Spätzlein keck, mich kann das Biest nicht überlisten. Bums, kam ein Habicht um die Ecke und holte sich den Optimisten. Man kann es allen gehen, die glauben, nur wie sie wären die Schlauen. Man darf nicht nur nach unten sehen, man soll auch mal nach oben schauen. Und meins, Erhard, jetzt wasche ich mir diese Gesichtsmaske ab. Vielen Dank.